Hi! Herzlich Willkommen zurück bei Woesagt Wollowern. Wir sind in den Alkali-Hügelgräbern und betreten jetzt die verbotene Kammer, wo wir einen schönen Perser-Teppich rausholen sollen. Dafür gibt es knapp eine halbe Million Erfahrungspunkte, was cool ist. Und dann... Gucken wir mal, wie es weitergeht. Denkst du, dass du nur in der Zerksis-Treser-Vorpel wohnst? Vielleicht hast du nicht gehört. Die Oberlehrer sind zurück. Und er hat keine Zerkser-Teppich. Was bedeutet das nochmal? Ich habe es vergessen. Kajus, wie kannst du es vergessen? Durchstechen. Du hast 5% Durchstechen. Das ist ganz gut hier in Mirage. Oh Gott. Ja, hier. Ja, wieso heilst du dich denn mit 1000? Stupid! Das brauchen wir nicht. Und das brauchen wir auch nicht. Diese morganze Bitch, die taucht auch immer wieder noch auf. Und dieser Zauber macht echt heftig Damage, ne? 1400. Ho. Nicht schlecht, ne? Aber die kann ich noch gut wegstecken. Solange die nicht dauernd kommt. Zerksis. Zerksis. Da macht die die... Ne, Quatsch. Das ist die Schlange. Ne, ne kritische Schlange. Ne, ne kritische Schlange. Hammer, oder? Das ist ein Zauber, mit dem ich nicht gut umgehen kann. Also diese Sturmangriffe hier in Mirage. Die setzen mir schon zu, ne? Aber ich habe trotzdem das Gefühl, nachdem ich jetzt mein Kartendeck... ja doch Kartendeck, ähm... und meine Ausrüstung insgesamt so ein bisschen umgemodelt und angepasst habe, ist es nicht mehr so ganz heftig. Ist auch so. Ich meine, es macht auch viel aus, dass ich das meiste Amulett des Lebens jetzt mal endlich abgelegt habe. Weil wie oft brauche ich den Satyr? Hält sich eigentlich in Grenzen, ne? So oft ist es nicht. Ah, da geht's weiter. Oh, schade. Oh, schade. Ich dachte, das hier wäre es schon gewesen. Ich hatte nicht gesehen, dass es hier weitergeht. Das ist schlecht, weil ich habe nicht mehr... viel. Oh nein, schon wieder ein Djinn. Kleiner Djinn. Was? Haha! Dein Kala versuchte uns Freiheit, wenn wir einen Intruder in hier verhindern. Schade Liberty, hier kommen wir! Gut. Dann, äh... Gibt's hier dann doch ein bisschen mehr zu tun, wa? So, die haben auch nicht viele Lebenspunkte. das Lauses. He... höh, höh, höh. Knack. Jaxsys! Feuerrundenzauber! Ich bin ja mal gespannt, wer mich hier als Endgegner erwartet. Aber ich bekomme ja echt viel Erfahrungspunkte dafür. Es muss ja irgendein Haken an der ganzen Sache sein. Irgendein Haken ist an der Sache dran. Da haben wir den Schattenpip. Wonderful. Und da die Feuer sind, brauche ich auch keine dritte Klinge. Das wird dann auch so hinhauen. Das wird dann auch so hinhauen. Oh, Blasting Sandstorms. Ich glaube, es wird wieder zurück in die Botte. Vielleicht wird es nur ein paar Jahre alt sein. Hier wird jetzt ein Gegner sein. Das ist eine Falle. Das ist nicht blöd. Das ist nicht blöd. Mist. Hätte ich gar nicht markieren müssen. Es gab doch irgendwo die Möglichkeit, seine Flaschen wieder auffüllen zu lassen. War das hier irgendwo? Hä? Ich weiß es nicht mehr. Hm. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber es ist auch egal, weil ich habe mich jetzt hier mit diesen Böppelchen aufgefüllt und das ist gut. Okay. Okay. Da konnte ich mich jetzt ja gar nicht drauf vorbereiten, mit wem ich es hier zu tun habe. Okay. Transformation. Ein wahrer Schatz an Tricks und Kniffen. Cool. Okay. Transformation zu was? Vier Schatten entgegeln. Lecko mio. Aber ich muss eigentlich nur den Stier machen. Theoretisch müsste das hinhauen. Aber am besten wäre, wenn ich noch Wildfeuer dabei haben würde. Aber ich mache den Drachen einfach nicht weg. Okay. Ich bin noch nicht mal als erstes am Zug, was ziemlich fies ist. Ach, die sind... Hä? Oh nein. Nein. Wieso machen die die denn? Hä? Nur 309 diesmal? Was für ein krasser Unterschied. Ja, dass ich hier nicht als erstes am Zug bin, das ist ziemlich unfair. Bei vier Gegnern. Noch alles Schatten, äh... Spacken. Zweite Klinge. Oh nein, da ist auch noch Feuer. Hä? Shit. Na gut, okay. Ah, wir müssen die Schattenpeitsche vielleicht mit benutzen. Mit dem Straßendeck. Mit dem Straßendeck vier Endgegner besiegen. Hm. Ich meine, die haben zwar nicht viele Lebenspunkte, aber... Das ist schon eine kleine Herausforderung wieder mal, ne? Hm, 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 hm. Ach, jetzt transformieren die sich zurück zu der anderen Schule. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Sehen wir jetzt. Also ich greife jetzt an und sehe, ob mein Angriff etwas bewirkt. Das ist jetzt die Frage. Ist das jetzt ein Vorteil oder nicht? Das werde ich jetzt sehen. Weil jetzt... Ach, die haben jetzt die ganzen Schulen wieder gewechselt. Ja, interessant, oder? Gut. Ist das nicht unbedingt das Schlechteste, ne? Ich meine, wenn ich schon mal ein, zwei wegbekomme, ist das auch nicht schlecht. Dann habe ich auch noch den Drachen. Zwar null Klingen mehr. Was wirklich blöd ist. Wo ich auch kein Wildfeuer habe und so. Aber theoretisch ist das Straßenleck doch gar nicht so schlecht. Hier für den Kampf. Cool, danke. Wobei mir die echt bisher nicht viel abgezogen haben, ne? Jetzt noch ein kritischer Angriff. Das wäre natürlich... Das wäre top. Jetzt wäre ein kritischer Angriff wirklich mal gut. Nicht wie bei diesen Straßenkämpfen. Und ich denke, ja... Und? Ne, leider nicht. Lebt. Tod. 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 Aber einer lebt noch. Mist. Ich hoffe, der holt sich keine neuen dazu. Guck mal, wie wenig der nur noch hat. 355. Ich hoffe, der trickst jetzt nicht irgendwie, ne? Okay. Wie doof. Mit so wenig Lebenspunkten nur noch. Wie lästig, ne? Na gut. Aber wenn ihr jetzt nicht noch cheatet oder so, dann ist alles okay. Dann war der Kampf nämlich doch ziemlich easy. Ich meine, 5000 Lebenspunkte ist nix. Denn das hatten die Gegner in Cruisales sowieso. Straßengegner. Die hatten ja viel mehr, ne? Da waren das normale Straßengegner. Lebenspunkte. Das ist jetzt also nicht das Problem, ne? Boah. Zu viel bekommen. Hausbesuch der Hexe. Das ist ja lustig. Hab ich den schon mal gesehen? Den Zauber. Kann ich eh nicht benutzen. Das war aber leicht, oder? Das war alles total leicht hier. Na gut. Äh. Ja. Wir wollen doch zum Xerxes. Das heißt, dass er Xerxes ist. Melly Boy. Merly Boy. Wie nenne ich den denn? Xerxi Boy. Das hört sich blöd an. Xerxi Herzi. Ne. Keine Ahnung. Vielleicht habt ihr Ideen. Ab in die Kommentare damit. Jetzt sprechen wir mit dem Hassan. Kriegen viele Erfahrungspunkte. Aber der nächste Level ist es noch nicht. Du hast eine Tapestrie? Oh, gut. Hassan ist denken. Warum, buy Oasis. Hassan buys Genie instead. Dann kann er... Okay. Sorry. Hassan wird jetzt gehen. Bye-bye jetzt. Leaving Ossuary unguarded. Aber... Are you sure you want to go in? Overlord hat guessed. He's not to be disturbed. Oh, dear. I just realized. I think I left something back in the crypt. I'm just gonna run... Er... Float back in there and get it. Don't want to hold you up, though, is it? We need to confront Xerxes soon, right? You go ahead. I'll catch up. Smart skull. Overlord swat. Make Hassan chap. Feel like feather pillow. If Hassan were you, he wouldn't go. But not Hassan's problem. Bye now. Gut, in der nächsten Folge gucken wir uns mal, was uns... Gucken wir uns mal an, was uns in meinen Haus des Hochfürsten erwartet. Bin wirklich gespannt. Ciao.